Da drüben, siehst du's? Mann, wir sind fast draußen. Okay, Joel, du gehst vor, ich passe hinten auf. Ellie, egal was passiert, du bleibst bei ihm. Pass gut auf. Ja. Mach ich. Ah, ein Haufen Klick. Messer. Kumpelziegel. Sonst nichts? Ernsthaft, der zweite ist leer? Ah, das ist leer. Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Die Flasche, die macht mir Klirr. Das war's für heute. Bleib im Feuer stehen. Du bleib im Feuer stehen. Fuck. Das war's für heute. Komm schon. Torkel vorbei. Ignorier Tess. Vorbei. Nicht zu mir. Okay. Brudel, ist klar. Oh, ein Snack. Sehr gut. 2x4. Nachricht an Derek. Derek. Derek at the bookstore is letting us use his safe. When you close tonight, put my stuff in there. 3, 43, 78. Das ist gut. Safe ist immer gut. Gut. Da hat noch einer Munition fallen lassen. Da war ich den nächsten Clicker. Schokoriegel. Kommt noch einer irgendwo angehuscht. geht's mal. Das ist gut. Der Hüter. Dann geht's. Und da ist der versprochene Safe. 50 Teile! Halleluja! Kumpelstein! Nichts! Hier lang. Wir haben es fast geschafft. Na los! Mist! Ja. 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 Was ist das? Ach da, da geht's noch. Auf geht's, hol die Leiter. Das ist ein Wodka. Ja. Hm. 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 Ja. Gehen wir. Ihr seid ja ganz schöne Profis. Das nennt man Glück. Und es hält nicht ewig. Wohin müssen wir, Tess? Das ist so eine ganz fiese, hey, wir sind in Sicherheitsstände. Wie kommen wir über diesen Truck? Wenn in Wahrheit... Tsch, 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 tsch. Ganz ruhig. Aku. Dankeschön. CTOR Ganz ruhig, leg dich schlafen. Ganz ruhig, ins Gesicht. Sehr schön. Wir haben gerade erst verwandelt. Das heißt, dass hier noch mehr davon sind. Wir müssen weg. Hier noch irgendwo was? Nee. Okay. Hier nehmen wir doch das hier zum Klettern. Okay, dann mal los. Alles safe. Sehr schön. Oh. Loot. Ah. Medizinische Broschüre. CGI-Sicherheitsbroschüre. Das Center for Disease Control hat diese Broschüre über die Cardi Caps Gehirninfektion, CGI, herausgegeben, um die Achtsamkeit und Verhinderung der Ausbreitung zu verbessern. Hintergrund. Der parasitäre Cardi Caps Pilz ist in der Lage, den Geist des Wirts zu übernehmen und sein Verhalten zu beeinflussen. Bis vor kurzem hat er nur Insekten und einige Arten von Gliederfüßlern befallen. Eben was ich erzählte. Äh, 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 Ameisen. Eine neue Spezies ist in der Lage, sich auch im Menschen einzunüsten. Nど?! Übertragung. Die beiden bekannten Übertragungswege von CGI sind Einatmen der von Cordy Caps abgesammelten Sprungen und Kontakt mit Körperflüssigkeiten einer mit CGI infizierten Person. In der Regel durch einen Biss. Inkubation.